Aber warum die angeblichen Diamantengarien ihr Gepäck? Nun, weil es sich bei unserem Gepäck um Diplomaten-Gepäck handelt. Und das wird bekanntlich nicht kontrolliert. Tja, das ist allerdings... Also das, das muss ich ja nicht sagen wollen, das ist eine geradezu geniale Idee, mein Kompliment. Auf diese Weise kommen wir auch nie in die Verlegenheit, die vermeintlichen Steine auch tatsächlich vorweisen zu müssen. Denn Hunters Aufgabe wird einfach darin bestehen, kurz nach mir in London einzutreffen, dort in einer von uns abgesprochenen Nacht in mein Landhaus einzubrechen und den Diamantenkoffer... Der in Wirklichkeit gar keine Diamanten enthält... Richtig, der in Wirklichkeit gar keine Diamanten enthält, zu entwenden. Das heißt, dazu wird es gar nicht kommen. Denn ich werde dort sein, bereits auf ihn warten. Also das, das ist ja in der Tat ein ausgesprochen schlau eingefädelter Plan. Ja, darf ich mir die Frage erlauben, warum Sie so außergewöhnlich starkes Interesse an diesem Hunter haben? Er hat bereits eine ganze Reihe von Menschen auf dem Gewissen. Amen. Er hat sich in der Tat zu machen, dass wir die Zeit haben.